wunderschönen guten tag herzlich willkommen hier bei einer weiteren ausgabe des surkamp espressos wie es läuft wissen sie mittlerweile natürlich sehr sehr gut vier bücher zu einem thema und heute ist das thema lyrik genau lyrik also das lyrik die wir alle mögen aber dann doch wahrscheinlich nicht ganz so häufig lesen wie wir es tun sollten und mit den tipps die jetzt auf sie zukommen soll das geändert werden vier bücher haben wir vorbereitet und wir beginnen mit der georg büchner preisträgerin des letzten jahres elke erb eine zusammenstellung wurde von monika ring und steffen pop angefertigt elke erb das ist hier der fall und herr pop ist bei uns guten tag herr pop schönen guten tag ich stelle es mir wahnsinnig schwierig vor wie geht man daran also von einer lyrikerin die ja so viel geschrieben hat wie geht man an das werk wie versucht man da ein band herzustellen ja erst mal auf die einfachst denkbare weise indem man sich das werk vom anfang bis zum vorläufigen ende anschaut der erste gedichtband ist 1975 erschienen der letzte vor einigen jahren und dann indem man sich die arbeit aufteilt ich habe das buch ja zusammen mit monika ring herausgegeben das heißt man liest natürlich jeder liest alles aber es gibt so ein paar schwerpunkte ich habe so ein bisschen den schwerpunkt auf die publikation bis mitte der 90er jahre gehabt und monika ring dann auf die jüngeren und dann trifft man sich und hat so textstapel dabei und dann beginnt das verhandeln wie verhandelt man da ja erst mal schaut man welche texte wurden von beiden ausgesucht okay die kommen schon mal die kommen schon mal auf die sichere seite und dann hat ja jeder noch einen ganzen haufen kandidaten im schlepp also wir hatten uns so ausgemacht 70 pro nase 70 texte und da war so die hälfte schon überschneidung was ja schon dafür spricht dass wir irgendwie so ein paar gemeinsame nenne auf jeden fall haben ja und da guckt jemanden aus dem osten jemand aus dem westen drauf jemand eine frau und mann es war eigentlich jetzt nicht von anfang an so geplant aber hat sich so ergeben gab es denn vorher irgendwie so eine zielsetzung weil das erste buch von lk ab bei surkam das muss ja schon repräsentativ ja also sein ja wir wollten eine leseausgabe machen also die für leser wirklich in das werk einführt also jetzt nicht so spezial themen irgendwie fokussiert und dann es sind ja nun zwei leute die auch lyrik schreiben oder die hauptsächlich eigentlich lyrik schreiben sowohl monika als auch ich und da war auch klar wir wollen auch eine best of machen so ok also unsere best ofs und das war natürlich auch spannend zu sehen was der die andere jeweils bevorzugt und wo die wo der fokus jeweils liegt und obwohl man das werk also wir das werk von erb gut kennen war das natürlich auch noch mal eine entdeckungsreise denn alles kennst du dann natürlich auch wiederum nicht was ist das besondere für sie persönlich in der lyrik von erb dass die also dass man immer den eindruck hat diese texte werden gar nicht so geschrieben um gedichte zu schreiben am ende kommen tolle gedichte dabei raus aber eigentlich geht es um eine produktive konstruktive notation von allen möglichen dingen die die autorin interessieren und sie hat einfach keine lust oder auch kein temperament dafür dass in seiner prose auszuwalzen und sucht einen ganz punktierten und differenzierten zugang und dann beginnt es den text automatisch zu zerlegen und mal am eh hat immer gesagt überall wo stil ist ist versifikation das passiert automatisch der text beginnt sich zu organisieren und das sieht man auch erger hat mit prosa gedichten angefangen und dann beginnt er sich richtig in flächengedichte zu zerlegen in so archipäle und ab den 90er jahren sind das dann kompakte texte die aber auch keine klassischen formen so nachbauen sonette oder sowas das gibt es gar nicht sie erfindet ihre form neu weil die den gegenständen gerecht werden sollen also es geht um die notation wenn das jetzt ein leser ist der vielleicht wirklich erst über diesen georg büchner preis so möchte ich es mal formulieren auf lk aufmerksam geworden ist wie sollte er an das buch rangehen ist es ist es ist es wirklich ein leichter zugang oder muss man sich in irgendeiner weise vorbereiten ja neugierig und unvoreingenommen das sagt sich immer so leicht also das was in der schule über lyrik gelernt hat kann man erstmal bei beiseite legen okay diese sätze sind zugänglich also der titel sagt es schon das ist hier der fall das ist eine relativ nüchterne betrachtung wobei es natürlich in phase und sowas auch alles gibt aber man hat nicht den eindruck dass man jetzt irgendwie mit hermetik oder so konfrontiert wäre es wird eher komplexer und dann auch interessant wenn so bestimmte sachen aufeinander prallen und so phänomenologien gemacht werden von kleinsten dingen die einen auch selbst betreffen das finde ich immer spannend dass lk erb einerseits wie lyriker oft radikal subjektiv ist aber durch dieses radikal subjektive ist es auch schon wieder allgemeingültig weil jeder ist ja ein subjekt und es ist nichts zu klein und zu banal um da nicht aufgenommen und in seine grundlagen zerlegt zu werden ganz kurz zum abschluss was sagt vor erb zu dieser zusammenstellung wissen sie das frau erb hat zwei sachen dazu gesagt während wir noch gearbeitet haben hat sie gefragt muss ich mich darum kümmern und habe gesagt nein muss nicht und dann durch und danach hat sie uns eine postkarte geschickt und hat gesagt das nachwort ist ausgezeichnet und dann gehen wir mal davon aus dass die auswahl auch ist sehr gut und wir machen jetzt weiter mit steffen popp diesmal hat er allerdings eine andere funktion beim jetzt folgenden buch hat sich zusammengestellt da hat es übersetzt also jetzt kommt ben lerner und sein gedichtband no art gedichte gleichzeitig allerdings auch auf englisch gleich poems was uns signalisiert dass hier zweisprachig agiert wird popp ben lerner ist ein autor der von vielen kritikerinnen und kritiker als einen der wichtigsten amerikanischen schriftsteller überhaupt angesehen wird dieser band jetzt vereint gedichte aus den jahren 2004 bis 2010 was macht ben lerner so einzigartig das ist über die drei gedichtbände die in diesem buch versammelt sind und auch komplett versammelt sind und zweisprachig versammelt sind gar nicht so einfach zu sagen was mich begeistert hat an den gedichten so auf den ersten blick war dass die prall orchestriert sind wirklich wahnsinnig viel us-amerikaner zeitgenössische aus diskursen aber auch alltagserfahrung abmischen und in einer ganz interessanten art und weise zusammenstellen wenn man sich mit ben lerner unterhält oder ein bisschen die kritik dazu auch liest oder auch die texte einsteigt dann merkt man schon dass darunter noch viel mehr liegt das ist um ein komplexes verhältnis von gewalt in ihrer physischen form aber in ihrer sprachlichen form und lyrischen form dann auch geht und wie das miteinander im verhältnis steht und das hat natürlich auch viel damit zu tun wie sprechen und gewalt miteinander verbunden sind in der politischen landschaft jetzt unter anderem auch der usa was 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 für eine art was also auch rein formal was für eine art von lyrik ist das was was präsentiert uns der mann die drei gedichten sind ganz verschieden aufgebaut und der erste die lichtenberg figures die lichtenberg figuren arbeitet mit sonetten aber man braucht sich da eigentlich nicht erschrecken weil das sind demontierte sonette es gibt die nutzer oberfläche ist abgenommen von dem sonett und man schaut in den maschinenraum rein es gibt kein reim es gibt kein metrum es gibt freien vers aber alle texte haben 14 zeilen die ganz verschieden aufgeteilt sind und damit kann man ja die restriktionen des nets kann man praktisch beiseite legen das ist der raffinierte zugang man kann aber die ganzen vorteil die das so nett bietet dass man so punktgenau und analytisch auf sachen zugehen kann und montieren kann die kann man behalten und das war praktisch eine sache die mich sofort überzeugt hat als ich das gelesen habe und ich wollte das als ich angefangen habe zu übersetzen vor über zehn jahren vor allem erst mal den deutschsprachigen autoren von lyrik vorstellen dachte hey leute guckt mal wie jemand lyrik schreibt mir war die politische dimension und die bedeutung von die ben lerner dann als autor noch erlangen würde auch über seine roman ja damals noch gar nicht klar ich wollte erst mal so ein impuls so eine frischzellen kur irgendwie für die deutschsprachige lyrik die zu der zeit sich ja auch rasant entwickelt hat geben aber ich stelle mir ist irrsinnig schwer vor sowas zu übersetzen das ist es auch irgendwie ist es das auch also manches sieht man gar nicht mehr als ich bin ja selbst autor von gedichten deshalb sehe ich manchmal diese ganzen rhythmischen und melodischen und tonalen sachen die da drin stecken die eben auch so latent und geschickt daher kommen dass sie nicht so offensiv sind gar nicht mehr die übersetzt sich automatisch so aber rückblickend zieht man halt auf welchen ebenen das alles arbeitet als sehr rechercheintensiv man lernt viele dinge über amerika die man vielleicht lieber nicht gewusst hätte so auch katzen entkrallen zum beispiel muss man nicht gut jetzt weiß man solche dinge kommen halt ständig und man wird auch an die eigenen studienzeiten erinnert ich bin ja dasselbe alter wie mein autor was auch ein seltsames verhältnis ist irgendwie es hat aber auch den großen vorteil dass wir über skype und e mail und jetzt auch über zoom ewig korrespondieren konnten also wenn das jetzt zweisprachig daher kommt also englisch im original und dann ihre übersetzung würden sie sagen das sind die gleichen gedichte oder sind das eigentlich zwei unterschiedliche gedichte die der leser ja übersetzen ist immer eine art von umtopfen irgendwie aus der einen kultur in die andere und nein es sind nicht dieselben gedichte aber es sind gedichte die was ähnliches machen im deutschen und natürlich habe versucht textgetreu zu sein aber auch immer wieder abweichung in kauf genommen beziehungsweise mich darauf sogar gefreut man ist ja kein google translate ja es geht einfach darum gedichte zu bauen die was ähnliches machen und aber in den einzelnen punkten natürlich auch abweichen können und man muss immer auch im blick haben dass viele dinge für us amerikanische leser selbstverständlich sind die für einen deutschsprachigen leser eigentlich erklärt werden müssten deshalb gibt es auch einen anmerkungsapparat ok und herr lerner kriegt er eigentlich mit wie sie übersetzt haben oder ist es einfach ein blindes vertrauen und ein blindes also es ist sehr sehr gut von übersetzer wenn der autor die zielsprache wie man so schön sagt nicht kann also einem nicht ständig in die suppe spuckt und korrigiert sondern man kann fragen immer das war ganz toll das sind wirklich fast 1000 fragen über die jahre beantwortet wurden aber man muss sich sozusagen keine übersetzung kritik noch anhören das ist eigentlich ein ideales verhältnis und es hat sehr viel spaß gemacht bis zur letzten zeile über alle drei wände so und mit unserem dritten buch am heutigen tage werden wir sehr sehr frisch werden wir sehr 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 jung weil es handelt sich um ein debüt juliane libert und lieder an das große nichts frau wunderer lieder an das große nichts das klingt für mich wie ein verschollener blumenfeld song den wir alle hören wollen was ist dieses große nichts werden wir es jemals erfahren also das große nichts kann glaube ich für jeden was anderes sein für juliane libert ist es so hat sie in einem interview mal gesagt das was du hältst wenn du deine hände mit geöffneten handflächen zu dir drehst lass es nicht fallen oder wie es im titelgebenden gedicht heißt das große nichts ist hier und bruder stalin ein lügner was weiß ich woran man noch glauben kann die große verzweiflung hat mich und ich hätte lieber kippen ich hätte lieber kippen als alles andere auf der welt das ihre antwort okay also sie sind sehr sehr im thema wie sind sie oder wie ist der verlag auf julian libert aufmerksam geworden das war tatsächlich über ihre agentin christine listau die auch die verlegerin des verbrecher verlags ist die hat mir an einem kneipen ab nach einer buchpremiere in der z bar von dieser dichterin erzählt von der sie dachte die würde mich sofort begeistern und tatsächlich stellte sich heraus ich kannte sie bereits weil ich die süddeutsche im abo habe und juliane libert für die süddeutsche großartige rezensionen schreibt von der man von denen man schon nach einem absatz weiß dass es juliane sie schreibt darin über musik über literatur über film und es ist wirklich immer so ein wiedererkennen dieses unglaublichen tons den sie hat und dieser ganz eigenen weltwahrnehmung dieser sensibilität und dann haben wir das manuskript bekommen das war erst mal noch so eine große wundertüte und es ist dann über die jahre eigentlich gewachsen und jetzt halten wir es endlich in der hand können sie so ein bisschen eingrenzen was dieses besondere dieser besondere ton ist ja es ist ein ton der auf den ersten blick sehr direkt ist also auch in den emotionen und affekten sehr direkt das ist zärtlich es ist wütend es ist traurig es ist unglaublich zugewandt und verletzlich und offen es hat auch keine angst mal vor einem hohen ton bricht es aber immer wieder sofort herunter also sozusagen dass das mischt sich alles auf eine eigene art und weise und es ist eine große musikalität da ein großes rhythmusgefühl und unglaublich ist da seine gegenwärtigkeit in in dem was heute ist also zwischen popkultur aber auch in der tradition des literarischen sprechens also da mischt sich das beides auf eine ganz besondere art pro libert hat in einem interview das ich gesehen habe gesagt dass sie die meisten gedichte im bett schreibt wo liest man das am besten wo genießt man das weil es gibt ja so diese theorien man sollte gedichte tausendmal lesen immer überall an verschiedenen orten also ich finde bett ist schon mal ein guter ort aber weil es glaube ich so ein so einen intimen raum auch irgendwie schafft und man auch kurz mal innehält auf eine art gleichzeitig sind das aber gerade auch gedichte die so im dialog stehen zum außen zur großstadt wir gehen mit ihr durch die straßen wir gehen mit ihr durch die nacht dass man sie eigentlich auch einstecken kann wenn man unterwegs in club ist wenn es dann endlich mal wieder so weit ist und sind das gedichte für leute diese normalerweise noch nicht so viele gedichte gelesen haben ich glaube es sind gedichte für jeden und jede ich glaube dass sie erst mal die tür ganz weit aufmachen weil sie eben nicht so eine highbrow literatur erst mal sind sehr anschlussfähig an an eben unser gegenwärtiges erleben an unsere wahrnehmung und gleichzeitig sind sie einfach wirklich so wunderbar gefügt und von einer solchen vielfalt auch der wahrnehmung des empfindens dass sich darin wirklich jeder glaube ich wieder finden kann so also drei gedichtbände haben wir schon besprochen und jetzt weil ich am anfang gesagt habe vier werden wir besprechen kommt natürlich noch einer und das ist unser seitensprung beim seitensprung ist es so ein bisschen anders weil dieses buch ist nicht bei surkamp erschienen sondern in einem anderen befreundeten verlag und steffen popp ist wieder bei uns und herr popp was haben sie uns denn mitgebracht ich habe den aktuellen gedichtband von dana ranker mitgebracht der heißt ganz euphorisch kosmos mit ausrufezeichen und ist in diesem frühjahr oder diesem jahr bei mattes und salz erschienen also auch hier in berlin und das hat mich fasziniert dieses buch weil es dokumentation mit lyrik verschränkt auf eine ganz tolle art dana ranker hat selbst dokumentar filme über astronauten und kosmonauten und weltraumfahrt gemacht früher und nutzt dieses material jetzt vor allen dingen zahlreiche selbst aussagen von kosmonauten um einem so ein ganzes ja panel so ein überblick darüber zu geben welche aspekte alles eine rolle spielen nicht nur die spektakulären die man den film sieht sondern auch die ganz alltäglichen drei kapitel vorbereitung raumflug selber und danach wieder auf der erde ok und darüber erfährt man jede menge zeug also sachen die man schon kennt auch aber jede menge kleinigkeiten echt wie du in so einen raumanzug reinkommst wie jemand komponiert und yoga macht auf der station also die weiterleben und wie die verhältnis zur erde ist und zwar also es wirklich toll und auch diese verschränkung dass wirklich dokumentation ist gar nicht doch fiktional und eben lyrisch aufbereitet so in snippets das liest sich auch ganz toll das hat mich an dem buch ganz besonders auch begeistert und in dem zusammenhang wollte ich noch anderes empfehlen das heißt er von birgit greipe erscheint erst im juni bei cookbooks der titel ist ja mit kosmos irgendwie nahe verwandelt da geht es auch unter anderem um weltraum in einem zyklus habe ich gesehen und aber auch um bilder von gerhard richter und meditation als es gibt so verschiedene punkte die da irgendwie korrespondieren und deshalb wollte ich das auch noch mal erwähnen haben sie gemacht sie haben sich gerade so ein bisschen reingeschummelt aber ich werde an dieser stelle nicht ganz so streng sein vielen dank herr pop dass sie hier waren vielen dank für die empfehlung und vielen dank ihnen dass sie zugeschaut haben bis zum nächsten mal bis dann tschüss und